So Anna, wie nennt man den Christberg im Silbertal auch noch? Der Geniesserberg im Montafon. Jawohl, und zwar zu Recht. Wo kannst du mit so einem Bergpanorama radeln? Wo kannst du schöner kneipen und schöner gewandern gehen? Und dabei auch noch etwas über alte Sagen und über einen Silberbergbau von früher erfahren. Ja und wo kannst du besser entschleunigen? Ohne Papa.